In den kommenden Videos zum Thema Tipps und Tricks geht es darum, dass ich Ihnen ein paar Apps vorstellen möchte, die ich selber auch nutze. Ich habe Android-Smartphones und Tablets schon seit vielen Jahren in der Nutzung und mir sind ein paar Apps begegnet, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, auch persönlich empfehlen möchte. Da geht es um Flash, um eine Internet-Security zum Beispiel und natürlich auch, wie ich die Akkulaufzeit meines Smartphones optimieren kann. Also schauen Sie mal rein und vielleicht ist das auch was für Sie.